Es geht los! Kriegt jemand mein Bademantel mit? Boah, es wackelt! Und von den Ziegen noch mal angefressen! Toll, ist der Strom drauf! Echt? Wart mal! Nicht in den Teich, oder? Doch! In der Gesicht! Ich bin noch nicht so weit! Boah, Shit! Oh, der Schnee fängt gerade an! Wie geil! Wo bin ich denn? Ah, das ist gut! Kann man reijucken! Das ist nur noch Matsch! Kann ich loslegen, oder? Also, liebe Freunde der metallischen Klänge! Wir befinden uns hier mitten im Allgäu, am schönen Ententeich, wo sich Ziegen, Enten und Kaninchen Hallo sagen! Was passiert, wenn ein Kaninchen mit zu viel Bier in Berührung kommt? Das werdet ihr gleich erleben! Kaninchen, Bier! Kaninchen, Bier! Das ist schon mal für die Schnee! Keine Musik! Keine Musik! Keine Musik! Ich sing selber. Keine Musik. Keine Musik. Scheiße. WTF ist Wacken? Nimm den Haas mit. Wer hat hier lebt? Daniel ist sprachlos. Apropos, wer mich so dritt hat mich gerade wundert. Leider hat er seinen Schuh gelegt. Ja. Wenn das nicht mal Wacken war. Oh, da wird mir kalt. Ach, das stinkt. Ach, das ist ja. Wiebark. Als Sagen. In dem Moment.